Baut euer Dorfzentrum aus, oder errichtet ein neues, um die sich in eure Stadt aufnehmen zu können. Und Kala. Schauen wir mal, wie die reagieren auf uns. Also, hierhin. Genauso wie du, Dario. Wir gehen nach hierhin. Wir werden uns nicht aufhalten lassen. Wieso können wir nicht... Hier hat doch jemand was schon aufgebaut, nicht wahr? Wer erlaubt, diesen Flachzangigen dahinten wieder Gebäude aufzubauen? Was steht hier? Ah. Verstehe. Ach du Scheiße! Orange rastet also komplett aus. Gut, dann nutzen wir das. Dann stecken wir uns hinter dem Schießplatz. So, befeuert die Kanone zuallererst. So soll es sein. Halt, jetzt gehen wir nämlich alle auf den Schießplatz. Bis in den Tor. Und jetzt haben wir zuerst nur die Gelegenheit. Zuerst mal die Schützen auszuschalten. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ergerät die Kanone. Erledigt die Kanone. Dario. Sehr wohl. Ja. Geh ins Getümmel. Gut. Wie ihr wollt. Feinde greifen euch an. Ja. Du musst die Truppen, die feindlichen Nahkampf einfach verscheuchen, sobald es losgeht. Jetzt können wir zeigen, was ihr gelernt habt. Was macht Dario da schon, welche Sachen? Bis in den Tod. Jetzt die Schwerträger. Für Um und Ehre. Jetzt diese Persönlichkeiten müssen wir angreifen. Ja, mein Gott. Dario bleibt bei den Truppen. Angriff. Bis in den Tod. Sehr wohl. Ja, wir haben es geschafft, den Schießplatz zu verteidigen. So gut ich kann. Taktische Genialität, sag ich dazu mal. Quicksafe. Einer eurer Verbündeten wird ein... Drake! Wir bedürfen deiner Interessantheit. Dario, was machst du denn hier? Ich bin Drake. Ich bin voll interessant. Es gibt nicht genug Platz. Lass mich raten. Du erledigst mal wieder, du erledigst mal wieder Kerberos. Das weiß ich. Aus interessantes Gründen. Genau richtig. Kannst du mir vielleicht helfen? Ich kann dir nur diese Truppen hinterlassen. Kerberos jagt mich nämlich. Aber ohne seine Schießanlage wird er nicht so stark sein. Keine Sorge. Sobald in den Liter bist du wieder sicher. Lass auf dich auf. Drake, du bist nutzlos. In Ordnung. Gut. Ja. In Ordnung. Dario liegt bewusstlos auf dem Schlag. Toll. Damit haben wir gerade unser Assenärmel verloren. Euer Wunsch ist mir befehlt. Den hätten wir benutzen können, wenn wir ein großartiger Bedrängnis gewesen wären. Off in den Kampf. Und jetzt haben wir jetzt... Drake, du bist ein nutzloser Haufen Kacke. Sofort. Jetzt sind wir nämlich eingekesselt und bestimmt von diversen Truppen, gegen denen wir jetzt nichts ausrichten können. Es regnet. Wie ihr Befehl. Zurückziehen. Das kann ich. Dorftrottel. Hier bleib ich gern. Macht es bereit, mal gleich loszugehen und Dario da zu holen. Der liegt da so rum wie so ein Lappen. Drake, wenn Kerberos dich jagt, dann wäre es doch deutlich einfacher, dich uns anzuschließen, weil wir Armeen haben... hatten. Das spielt jetzt die größte Rolle, ob nun Zukunft, Gegenwart oder Vergangenheit in Bezug auf unsere Armeen, was sinnvollere wäre. Ihr werdet angegriffen. Vor allem gibt er uns zwei Hauptmännern, die sterben direkt. Drake ist so unfassbar nutzlos. Hätten wir ihn gekriegt, dann hätten wir ihn benutzen können, um unsere Armee doppelt so stark zu machen. Aber nein. Drake ist natürlich der Meinung, dass seine persönliche Sicherheit deutlich mehr wird das wohl von der ganzen Welt. Dorftrottel. Wo bist du? Du bist unser Dorftrottel, ist wahr? Du bist Nummer... Ja gut, du bist Nummer sieben. Pass auf. Ein Verlündeter ist in Schwierigkeiten. Da, Ruh, liegt da rum, der faule Sack. Heb den mal wieder auf. Armee 1. Setz euch in Bewegung. Ah ne, setz euch in Bewegung, sobald der Dorftrottel vielleicht gestorben ist. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Eigentlich wollten wir nach vorne hier, nach hierhin durchstoßen und sich irgendwie festsetzen. Dazu ist er aber nicht gekommen. Diese Basis muss weg. Das ist noch, wo die Roten sitzen. Oder wo ein Teil der Roten sitzt, zumindest. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Das kann ich. Gut, dann gehen unsere Scharfschätze nach gleich. Oh nein, wir haben Kenny getötet. Die Schweine. Gruppe 9 kommt übrigens. Okay, aus Gruppe 9 ist ja Kenny gestorben. Gruppe 9. Ihr werdet gleich mitkommen und ein paar Kanonentürme mitgeben, damit wir uns durch das Schande. Und zwar jetzt. Dach, Chef. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und er... Was macht ihr denn da? Manche ist das klug, Wege. Fammelt ihr euch verdammt nochmal hier? Oh, jetzt wehrt euch mal. Sieht, es klagt auf und wird wieder wach. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Und du bist auch ein Genie gewesen. Du musst natürlich durch den großen Macker markieren und durch die ganze Armee marschieren. Jawohl. Hier hin. Gruppe 9. So, fahrt. Wird erledigt. Ja. Das war, was ich vermutet hatte. Armee 1. Ergreift Sieg. Die haben den Turm wieder aufgebaut. Ihr elendigen Dreckigen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Euer Dorf wird angegriffen. Ich hab getan, was ihr wollt. Ja, ja. Gruppe 9 bleibt zurück, bis wir die niedergekriegt haben. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Für Ruhm und Ehre. Gruppe 9. Ich denke, wir können das mal hier gut gebrauchen, dass ein paar Türme hier stehen könnten. Nichts lieber als das. Gruppe 1. Was macht ihr denn da? Ja. Ich hab das Gefühl, wenn ich die Frage stellen würde, oder ob ihr ewig leben wollt, werdet ihr mit einem ganz lauten Nein antworten. Leert sie das Fürchten. Ah gut, das ist deren. Ich dachte schon, dass wir uns unsere Leib eigentlich wieder auf dem Meinung sind. Wir meinen uns ganz schnell woanders hinzuwollen. Sperrträger. Ich hab getan, was ihr wolltet. Kanone. Gruppe 9. Ne, ist der Turm. Jetzt. Die Schwertkämpfer. Die Schwertkämpfer. Kann der Turm vielleicht mal schneller fertig werden? Zurückziehen. Kanone. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Ihr werdet angegriffen. Und dann haben wir den einen, den wir vorgeauen. Ja, haben wir eins zum Eimer. Die ganze Aktion war absolut nutzlos. Ja, Herr. Leert sie das Fürchten. Jawohl. Das wird dann zurückziehen. Ja, wir haben schon die Hälfte unserer Armee verloren. Da können wir ja nicht durch. Könnt ihr vielleicht von hier aus irgendwie eine Rekrutierungsbasis treffen. Davon aus purem Interesse. Ja, hier ist ein Turm. Macht den Platz. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Hier wird nichts mehr spawnen, meine Freunde. Und da hab ich gerade den Schießplatz gesehen. Oder eine Gennison. Fangt mir aus. Rekrutiert eure Scharfschützen aus der Gennison. Diese Türme sind eigentlich nur dafür da, um uns ein bisschen den Rücken zu decken. Und die Gegner abzulenken. Ihr solltet die Wäsche ins Tor. Es regnet. Wehrt euch ein bisschen. Und tut so, als könntet ihr etwas. Ausbau abgeschlossen. Ja. Feinde greifen eure Häuser an. Auf in den Kampf. Ausbau abgeschlossen. Jetzt finden wir eins zurück und füllen diese auf. Und Gruppe 9 wird ersetzt. Wir haben auf jeden Fall die Roten ein wenig geschwächt. Aber wir müssen jetzt mal herausfinden, wo die Grauen noch ein bisschen Schaden hernehmen. Wir müssen den Dorftruttel losschicken. Also zuerst mal seid ihr Gruppe 9. Und Gruppe 9 ist, ihr fungiert mal alle vier als Dorftruttel. Viel Spaß. Dann haben wir eins zu sich zurück. Die Türme dienen uns eigentlich nur dafür, dass sie noch ein bisschen Schaden austeilen. Dann gehen wir uns gleich verloren. Seit wann greifen die Grauen von dir oben aus an? Die haben doch immer den anderen Weg um den See herum vorgezogen. Der Winter kommt. Ah, guck mal. Und die Dorftruttel direkt erst mal reingerannt sind. Die Dorftruttel leben noch. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht mehr sein. Ein Dorf, äh, drei Dorfruttel, 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 Dorfruttel leben noch. Einer lebt noch. Alle sind tot. Das ist schneller eskaliert. Oh nein, einer lebt noch. Ja, ist gut. Meinst du, du kommst durch? Natürlich. Ich würde sagen, nein. War aber nur so eine Vermutung. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Gell. Oh, wenn wir Diebe haben könnten. Ja, Herr. Das Böde ist, wir wissen, die Kerbors baut seine Scheiße wieder aus, wenn die kaputt geht. Dort oben im Baum. Das heißt, wir müssen eigentlich immer über... Wir dürfen nicht aufhören zu drücken, wenn wir vorstoßen. Das Blöde, wieso man der Sache ist, das geht nicht. Weil wir von zu vielen Seiten beschossen werden. Bevor wir uns gegen Kerbors Truppen insgesamt wenden, müssen wir versuchen, alle anderen Gruppen auszuschalten. Zum Beispiel das Nebelfolk. Ich würde liebend gerne wissen, wo das herkommt. Gruppe 0. Wir sind jetzt die nächsten Dorfsrottel. Finden Sie uns mal ein bisschen heraus, ob hier irgendwo was ist. Ich meine, hier haben wir schon alles ausgestaltet. Von dieser Seite aus kommt ja erstmal nichts mehr. Ja. Es ist Zahltag. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Ich habe mir eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und zwei. Eins plus ihr ist eins. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Schon, komm schon, Gruppe 0. Dorfsrottel, du schaffst das und tot. Ja, ich wollte in Weiden nur eine gesunde Gruppe 0 da haben. Das gebe ich unumwunden zu. Ja. Wird erledigt. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ähm. Das soll so nicht sein. Hier, Gruppe 9. Kein Problem. Kein Problem. Wie gehen wir uns am besten vor? Die da prügeln sich. Wir haben keine Ahnung, wo das Nebelfolk sich befindet. Hätten wir einen Dieb, würden sich alle unsere Probleme in Luft auflösen. Ein schöner Ort im Ficht. Was haben wir nicht? Einen Dieb. Einen Dieb könnten wir nämlich einfach alles erkunden. Können wir einen? Nein, wir können natürlich keine Taverne bauen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich soll die Steine hier sein. Zum Beispiel nach... Na, die würde natürlich voll angegriffen werden. Aber unsere... Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Büxmachschen einfach mal draufgegangen sind. Regenerieren oder regenerieren die sich? Wir müssen Platz schaffen, bevor ihr neue Siedler aufnehmen könnt. Ach, guck mal. Platz wurde geschaffen. Ja, mein Herr. Ich tue mein Bestes. Ja! Jawohl. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Wie ihr befehlt. Armee 1. Folgendes. Auf in den Kampf. Ihr marschiert jetzt die Straße da hoch und findet heraus, wo diese vermaldeiten Nebelvölker herkommen. Wir erledigen das. Wie ihr befehlt. Auf in den Kampf. Und die Reiterei. Oder ihr holt uns zuerst mal darüber raus und wir reden um die Kader und schauen, ob wir mit ihr was anfangen können. Ja, mein Herr. Weil die Roten möglicherweise jetzt da leicht ruhig gestellt sein dürften. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Unser Problem ist, dass wir auch unsere Nachschubwege nicht verkürzen können. Ich tue mein Bestes. Weil wir keine neuen Kasernen bauen können oder sowas in der Art. Ah, da kommt schon die Kavalerie an, die Wütende. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ergreift sie. Lass das. Es beginnt zu regnen. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Das ist hier unten irgendwo in der Nähe von diesem Schießplatz. Wie ihr wünscht. Wir erledigen das. Wir haben unsere Verbündeten gebaut, ohne einen großenartigen Sinn dahinter zu sehen. Und wir bauen die sogar aus. Ohne einen großenartigen Sinn dahinter zu sehen. Und wir fahren das zurück. Ich tue mein Bestes. Dario, du, bevor du irgendwas machst, gehst du da runter und fängst an zu labern. Ihr werdet Dario die Zeit verschaffen. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Angriff. Seid unbesorgt. Was willst du hier noch? Ja. Gruppe 0. Kommt er her. Hier verschanzen wir uns jetzt. Ich habe damit nichts zu tun. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, ähm, äh, Lichtung. Holzgefächt. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen. Carla, was willst du von uns? Bist du schon erwütend? Was willst du hier, Dario? Ich brauche Hilfe, um Kärbrot zu besiegen. Nimm diese zwei. Aber pass auf, verstorbenen Seelen der Krieger. Pass auf die verstorbenen Seelen der Krieger auf. Sie kommen aus allen verschiedenen Ecken. Vielen Dank, Carla. Wirklich? Gut. Na, schönen Dank. Hier. Ihr seid die beiden Dorfrottel. Geht euch mal ein bisschen umsehen. Ja. Was kann der Händler uns bieten? Bärenmenschen und Speerwerfer. Das ist ja herzalliebst. Ihr könnt das Nebelfolk seltener rekrutieren. Wie ihr wünscht. Für die wir natürlich keinerlei Verwendung haben. Sehr wohl. Quicksave. Jetzt haben wir alle angelabert. Das kann ich. Eine eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So soll es sein. Das ist doch für Kärbrots Umhang schon wieder. Die Garnison ist aber noch weg, oder? Die Garnison ist noch weg, aber da sind solche Leute. Garnison ist noch weg. Verteilt euch! Ihr werdet angegriffen! Fertig! Ergreift sie! Ja mein Herr! Lern Sie das fürchten! Das kann ich! Es wird wieder wärmer! Dicken Mäntel können nun weg! Ausbau fertig! Für Ruhm und Ehre! Für Ruhm und Ehre! Fertig! Kein Problem! Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Feinde greift euch an! Ergreift sie! Angriff! Angriff! Ich glaube nicht, dass wir immer wieder angegangen werden von euch! Attacke! Das Gebäude ist ausgebaut! So massierte Salven, wenn ich bitten darf! Räumen die einfach kurz alle weg! Attacke! Fertig! Meister! Leer Sie das fürchten! Ergreift sie! Ergreift sie! Ergreift sie! Na ha ha ha! Das Spiel spielen wir so nicht! Ja Herr! Das Spiel spielen wir so nicht! Wir sind in der Kalon, diese Reihe da rein! Schauen wir mal auf was passiert! Das Gebäude ist ausgebaut! Das Gebäude ist ausgebaut! Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern! Ausbau vollbracht! Vielleicht ploppen tatsächlich die Arbeiter direkt daneben auch! In Ordnung! Dann können wir das zu unserem Vorteil holen! Leer Sie das fürchten!